Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Herr von Notz hat hier eben Herrn Minister Seehofer vorgeworfen, der hätte im Hinblick auf die Vorgänge in Chemnitz irgendetwas relativiert oder irgendwas offengelassen. Wir können das in keiner Weise feststellen. Herr Seehofer hat sich die Zeit genommen, die Dinge sorgfältig zu analysieren. Es ist ihm vorgeworfen worden, er hätte da einige Stunden oder einen Tag zugewartet. Das werfen wir ihm in keiner Weise vor. Sondern er hat sich die Zeit genommen, die Dinge wirklich sorgfältig zu analysieren und hat sie dann auch angemessen bewertet. Er hat die Krawalle eindeutig und klar verurteilt, die rechtsextremen Ausfälle scharf verurteilt, aber genauso auch an die ursprüngliche Tat an den Toten erinnert und seiner gedenkt. Ich glaube, dass das, was unser Minister dazu am Folgetag gesagt hat, absolut angemessen war. Und um das auch noch mal klarzustellen, unsere Bewertung zu den Vorfällen in Chemnitz ist eindeutig. Mit Ausländerhass, mit Hitlergrüßen, mit Naziverehrung haben wir keinerlei Nachsicht. Und auch die Bundeskanzlerin hat gestern noch mal deutlich gemacht, jenseits jeder Semantik, ob Hetze oder Hetzjagden auf andere Menschen, beides hat in diesem Rechtsstaat keinen Platz. Und zu Recht, und das hat der Bundestagspräsident, der hinter mir sitzt, schon am Dienstagmorgen gesagt, in einem, finde ich, ausgesprochen bemerkenswerten und überzeugenden Beitrag, das Gewaltmonopol in diesem Staat ist nicht relativierbar. Und zwar, das gilt für Extremismus im Übrigen von beiden Seiten. Völlig egal, ob das von rechts oder von links kommt. Und Herr Curio, Sie haben eben gesagt, die Regierung würde nichts tun, der Staat würde nicht handeln. Der Erste, der da einen Hitlergruß gezeigt hat in Chemnitz, der steht dort heute vor Gericht in einem beschleunigten Verfahren. Und so muss es sein. Genau so muss dieser Rechtsstaat antworten. Das hat im Übrigen auch der Bundestagspräsident gesagt. Wir müssen schneller, wir müssen effizienter und wir müssen sichtbarer sein, damit die Menschen in diesem Land merken, dieser Rechtsstaat handelt, er greift ein und er greift dann auch zu. Und das schafft Vertrauen in diesen Rechtsstaat. Das muss in die eine wie in die andere Richtung gelten. Und deswegen, das sage ich auch in diesem Haus ganz deutlich, haben wir nichts gegen die Öffentlichkeitsverhandlungen im Zusammenhang mit den Krawalltätern bei G20. Denn ich sage ganz deutlich, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich eine Flasche oder einen Stein auf einen Flüchtling werfe oder auf einen Polizeibeamten. Sie glauben es nicht, auch unter einem Polizeiheld steckt meistens ein Mensch. Deswegen ist es richtig, dass wir den Pakt für den Rechtsstaat beschlossen haben und dass wir jetzt aufrüsten in diesem Bereich mit weiteren 2000 Richterstellen, mit 15.000 Stellen bei Polizei und den übrigen Sicherheitsbehörden. Das Notwendige dazu hat Frau Högl gesagt und wird auch in der Rechtsdebatte noch angesprochen. Dann wurde dem Minister vorgeworfen, er hätte irgendwelche Leute beleidigt durch eine Aussage. Ich kann nur feststellen, der Minister hat heute gerade bei dem Thema Migration zum Konsens aufgerufen. Wer hier heute sorgfältig zugehört hat, hat das mitbekommen. Er hat die Überlegung ihres Parteivorsitzenden aufgegriffen. Und auch im Übrigen die Überlegung, die dann am Dienstag auch schon der Herr Bundestagspräsident angesprochen hat. Wir brauchen den Ausgleich in dieser Gesellschaft über die Frage, wie wir mit Migration umgehen. Wir müssen die ernst nehmen, die Migration quasi uneingeschränkt befürworten in diesem Lande. Wir müssen aber auch die Skepsis derer akzeptieren, die Bedenken äußern und Sorgen haben, dass zu viele Zuwanderer in zu kurzer Zeit zu uns kommen. Beide Standpunkte müssen gehört werden, und beide sind weder links- noch rechtsextrem. Wir müssen sie zusammenführen, und es kommt auf den Konsens und den Ausgleich an, den wir in dieser Gesellschaft herstellen müssen. Ich glaube, das ist die Aufgabe von allen einigermaßen, von Demokraten, die sich einigermaßen ernst nehmen und einer Lösung an diesem Thema interessiert sind. Und ich will Ihnen dazu jetzt mal noch zwei Beispiele nennen. Das eine ist, wenn wir an unsere Asylpolitik denken, ein Thema, das in verschiedenen Ländern heiß diskutiert wird. Machen wir jetzt diese Ankerzentren, oder machen wir sie nicht? Wie viel Symbolik steckt dahinter? Wie viel Realismus? Ich glaube, wenn wir eben gehört haben, die Verfahren beim BAMF laufen jetzt wesentlich schneller. Das BAMF ist sehr effektiv aufgestellt. Wir haben zusätzliche Stellen beim BAMF eingerichtet. 1.600 neue, 4.500 haben wir entfristet. Das BAMF macht die Bescheide jetzt innerhalb von 2,9 Monaten. Nach weniger als drei Monaten weiß jemand, der jetzt in unser Land kommt, habe ich eine Asylberechtigung oder nicht. Dann spricht doch wohl alles dafür, zu sagen, diese Menschen verteilen wir erst mal nicht in die Kommunen, sondern sie bleiben in einer Aufnahmeeinrichtung. Ob ich die nachher Anker nähne oder wie auch immer, das ist alles vielleicht noch diskutabel. Aber das Entscheidende ist doch das Prinzip, das hinter den Ankereinrichtungen steht. Diese Menschen, bei denen wir wissen, sie haben am Ende kein Bleiberecht in Deutschland, die bleiben in diesen Aufnahmezentren. Und dann haben wir eine bessere Möglichkeit, auch die Rückführung dieser Leute zu organisieren. Und das drängt sich doch auf bei allen, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen und bei allen, die nach dem Dublin-Verfahren zurückzuschicken sind. Und wir sind bei Dublin jetzt so weit, das hat uns der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mitgeteilt, dass wir mittlerweile schon 28 Prozent der Dublin-Fälle jetzt zurückschicken. Das heißt, auch da ist das BAMF wesentlich effizienter geworden. In den Jahren zuvor waren es 12 und 15 Prozent. Lächerliche Zahlen. Jetzt sind wir bei 28 Prozent. Diesen Weg müssen wir weitergehen. Und da werbe ich um Konsens. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Fachkräftezuwanderungsgesetz. Wie organisieren wir die Zuwanderung überhaupt? Und auch da, meine ich, kann man, wenn man guten Mutes und ehrlichen Willens ist, zusammenkommen. Ich glaube, wir müssen Asyl und Einwanderung weiter auseinanderhalten. Diese beiden Felder müssen getrennt bleiben. Deswegen kann es Ausnahmen geben. Aber viele wissen gar nicht, dass wir schon vier Ausnahmen haben. Wir haben die 3 plus 2-Regelung für die Leute, die hier eine Ausbildung machen, die sich für unseren Arbeitsmarkt qualifizieren. Die haben dann nach der Ausbildung weiter zwei Jahre Aufenthaltsrecht. Und wenn sie sich dann vernünftig betragen und hier weiter einen Job haben, können die auch bleiben. So, wir haben die Ausnahme für Leute, die einen Hochschulabschluss haben oder sonst eine qualifizierte Berufsausbildung. Der dritte Punkt, wir machen die Ausnahme für die, die hier vier Jahre erfolgreich eine Schule besucht haben, für Minderjährige. So, und dann haben wir noch eine vierte Ausnahme für die, die hier gut integriert sind, die sechs oder acht Jahre da sind, je nachdem, ob mit oder ohne Familie, die unsere Sprache sprechen und die überwiegend ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten. Also, es gibt schon reichlich Ausnahmen, die viele gar nicht im Film haben. Wir brauchen keinen generellen Spurwechsel. Und das ist das Thema, was uns als CDU-CSU-Fraktion beschäftigt. Wenn wir generell eine Zusage machen, jeder, der hier hinkommt und irgendwie im Asylverfahren ist, hat aber nachher praktisch immer die Möglichkeit, dass er einen Spurwechsel veranstalten kann. Das, meine Damen und Herren, ist das falsche Signal. Das wollen wir nicht. Denn das ist die Einladung, an die ganze Welt hier hinzukommen, ein Asylverfahren zu betreiben, in der Zeit eine Unterbringung und eine Alimentierung zu haben und sich dann hier auf Jobsuche begeben. Das ist das falsche Signal. Wenn wir da einig sind, ist das doch super. Dann kommen wir zu hervorragenden Lösungen. Dann freue ich mich schön über die Zuruf der Kollegin Högl. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche mir in Zukunft in diesem Thema tatsächlich mehr Konsens und Konstruktivität. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Markus Bühl, AfD.